Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11.524 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Jedes Teammitglied ist für den Erfolg der Organisation verantwortlich. Jedes Teammitglied ist für den Erfolg der Organisation verantwortlich. Teddybären sind der poetische Ausdruck von Liebe und Zuneigung. Teddybären sind der poetische Ausdruck von Liebe und Zuneigung. Teddybären sind der poetische Ausdruck von Liebe und Zuneigung. Welche Berufe könnten deiner Meinung nach in Zukunft besonders gefragt sein? Welche Berufe könnten deiner Meinung nach in Zukunft besonders gefragt sein? Der kreative Prozess im Büro erfordert oft Experimente, um die besten Lösungen zu finden. Verantwortung ist die Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Ich erinnere mich noch gut an die schreiende Frau. Yoga mache ich am liebsten in einer Gruppe Gleichgesinnter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.